Du überlegst deine Ausbildung zu machen in dem Bereich Medien, also Ton oder Bild und weißt noch nicht so ganz, ob das das Richtige für dich ist oder du hast vielleicht schon eine Ausbildung und überlegst zu studieren, dann ist dieses Video auf jeden Fall genau richtig für dich, denn ich bin heute hier mit dem guten Jens. Wir haben uns zusammen kennengelernt in der Ausbildung als Mediengestalter in Bild und Ton und wir möchten heute mal so ein bisschen über unsere insgesamt zehnjährige Berufserfahrung reden, was wir so erlebt haben in dem Bereich Medien. Jens wird so ein bisschen die Bild- und Kameraperspektive erzählen, ich werde so ein bisschen eher aus der Toningenieur- beziehungsweise Tonperspektive was erzählen, um dir einen kleinen Überblick zu geben und ich würde sagen, ich fange mal so ein bisschen mit dem an, was ich so gemacht habe. Also ich habe in meinen 28 Lebensjahren schon mehr als zehn Jahre Musik gemacht, ich habe früher angefangen Musikinstrumente zu spielen, habe mich irgendwann an die Produktion von elektronischen Beats mit FL Studio gesetzt, habe so schon in meiner Schulzeit meine Klassenkameraden aufgenommen, wir haben so zusammen Rap-Songs gemacht und ich habe auch so ein bisschen immer mit einer ganz billigen Kamera gedreht und dann so Musikvideos gemacht und dachte mir, ey, was will ich eigentlich nach meinem Abitur machen? Ich habe 13 Jahre Abitur gemacht, war so in der 12. Klasse und hatte eigentlich keinen Plan. Dann hatte ich so einen guten Freund von mir gehabt und der hat gesagt, ey, du, Paul, hier, dies und das Mediengestalter, bewerb dich doch mal und bin Mediengestalter geworden. Und später habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht oder Weiterbildung gemacht als zertifizierter Toningenieur. Hier im Hintergrund kann man die ganzen Zertifikate hängen sehen und das ist so meine bisherige Laufbahn ausbildungstechnisch grob zusammengefasst. Okay, Jens, dann erzähl doch mal, wie ist es bei dir gewesen? Okay, also bei mir hat es auch so angefangen, dass ich das Hobby gemacht habe und ich bin dann irgendwann übergegangen, das auch im Praktika zu machen. Ich habe Musikvideos ganz viele gedreht und habe dann auch die gleiche Ausbildung angefangen wie du und bin danach quasi immer noch in dem Bereich geblieben, habe mich auf Kamera spezialisiert und habe dann auch noch für Apple gearbeitet die letzten paar Jahre und bin jetzt wieder freiberuflich so unterwegs. Okay, ich denke, da können wir einiges erzählen aus unserem Leben. Wir haben uns beide auch während der Ausbildung kennengelernt und lass uns doch zuerst mal ein bisschen darüber erzählen über die Ausbildung als Mediengestalter in Bild und Ton. Und ich glaube, das ist ja so die einzige Ausbildung, die du halt machen kannst, wenn du in Deutschland sagst, du willst irgendwas mit Medien, irgendwas mit Bild, mit Kamera oder mit Ton machen. Und ja, das habe ich auch gemacht, habe mich beworben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim RBB, um genauer zu sein. Und ja, wurde da auch angenommen. Da haben sich 600 Leute auf vier Plätze beworben. Es ist echt nicht so leicht, da reinzukommen, aber irgendwie haben wir beide Dullis es geschafft, da angenommen zu werden. Und die Ausbildungszeit, die war eigentlich ja sehr cool. Warum hast du dich eigentlich damals beim RBB beworben? Also bei mir war es so, dass ich erstmal gucken musste, wo ich überhaupt hin will. Also ich habe auch geschaut, ob ich studieren soll. Ich habe auch Abitur gemacht und habe dann aber gesehen, dass die Ausbildung eigentlich ein ganz guter Mittelweg so ein bisschen ist. Weil du hast halt diese praktische Erfahrung und die Theorie auch da drin. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe mich einfach überall beworben und ich habe geguckt, okay, was passt dann am besten, wo kriege ich die besten Antworten und dann bin ich halt nach Berlin gezogen. Das heißt, ich komme ja eigentlich aus NRW und bin dann extra für die Ausbildung nach Berlin gezogen. Zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bin ich gegangen, also den RBB. Und ja, letztendlich war es eine ganz gute Entscheidung, weil es auch Unterschiede gibt zwischen den Firmen, wo du die Ausbildung machst. Das ist also ein ganz wichtiger Faktor irgendwie auch. Ja, also bei mir war es so gewesen, ich habe selber persönlich mich ja mega für den Tonbereich interessiert und hatte da auch schon einiges an Vorerfahrung und wollte das einfach noch in der Ausbildung weiter ausbauen. Und vielleicht ist es ja bei dir zu Hause genauso, dass du sagst, ey, ich möchte jetzt meine persönlichen Sachen, die ich halt schon mitbringe, irgendwie ein bisschen verbessern. Da kann ich halt sagen, so viel dazu aus dem Tonbereich. Ich habe einiges mitnehmen können. Wir haben in der Ausbildung beim RBB, was ziemlich cool war, ziemlich viele Projekte gemacht. Zum Beispiel waren wir zwei Wochen in einem Tonstudio, haben da eine Band aufgenommen und konnten da halt auch mal so richtig einen Einblick bekommen, intensiv. Und das war sehr cool. Da konnte ich einiges an Praxiserfahrung sammeln. Aber theoretisches Wissen, muss ich ganz ehrlich sagen, war das nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Gerade auch, als ich dann die Weiterbildung beim Hofer College als Toningenieur gemacht habe, habe ich so gemerkt, okay, gut, da geht es wirklich in die Tiefe. Da habe ich dann gelernt, so was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Opto und einem Fettkompressor. Wie funktionieren die? Was ist ein 1176 und ein LA2? Was ist der Unterschied? Das war ja in unserer Ausbildung irgendwie gar nicht Thema gewesen. Das war ja nur sehr an der Oberfläche. Wie ist es so für dich gewesen, als jemand, der sich mit dem Thema Kamera und Bild viel beschäftigt hat? Also das Ding ist, in der Mediengestalterausbildung machst du ja irgendwie ein bisschen alles. Das heißt, wir haben natürlich auch Kamera angeschnitten, haben da auch irgendwie Projekte gemacht. Bei uns, da wir ja beim Fernsehen waren, ging auch sehr viel auf den Bereich Fernsehen. Was aber, würde ich sagen, kameratechnisch auch nur an der Oberfläche kratzt. Ausmann dreht jetzt Dokumentarfilme, aber wenn du jetzt rein in den Filmbereich rein willst oder Werbung, dann musst du schon viel mehr Wissen haben und auch mehr über Licht und alles andere wissen, als nur diese Dreipunktbeleuchtung oder diese simplen Sachen. Und deswegen fand ich, es war eine ganz gute Grundausbildung so. Aber ich habe auch schon während der Ausbildung halt quasi an Wochenenden und auch nachts oder so an Drehs teilgenommen und habe dadurch irgendwie dieses ganze Fachwissen irgendwie noch zusätzlich bekommen, was eigentlich sehr cool war, weil man halt diese ganzen Kontakte da hat. Ja, also ich glaube, da sind wir uns beide einig, da kann man so zusammenfassen. Die Mediengestalterausbildung, egal ob für Bild- oder auch Tonperspektive betrachtet, bietet halt einen guten Überblick, aber kratzt halt auch nur an der Oberfläche. Man ist danach kein WFX-Artist, man ist danach kein irgendwie krasser Kameramann und auch kein Toningenieur. Also das muss einem halt wirklich klar sein, wenn man sich für diese Ausbildung entscheidet. Dann lasst uns doch noch mal kurz darüber sprechen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der einen, sage ich mal, großen Austeil der Auszubildenden ausmacht und private Unternehmen wie zum Beispiel Filmverleihe, Produktionsfirmen, privates Fernsehen und so weiter und so fort. Und das haben wir ja beide nicht gemacht, da können wir halt nicht so viel drüber reden. Aber das, was man halt von den Mitschülern in der Berufsschule erfahren hat, ist halt, die arbeiten halt sehr viel in Betrieb direkt am Anfang. Die sind halt günstige Arbeitskräfte, die haben halt bei weitem nicht so viel Ausbildungsgehalt bekommen. Wir hatten halt zum Beispiel einen in der Berufsschulklasse, der hat 200, 300 Euro Ausbildungsgehalt bekommen. Weiß ich gar nicht, ob das heutzutage überhaupt noch geht. Aber ja, der hat halt dann nur in einem Filmverleih halt die ganze Zeit Kameras sauber gemacht und im Lager gearbeitet. Also das geht auch übrigens noch. Sorry, ich wollte dich nicht wieder. Das geht auch noch. Heutzutage kannst du auch noch, du musst teilweise für Ausbildungen sogar zahlen. Das kommt auf den Bereich an. Also ja, ich finde es krass. Und dafür haben die dann halt in ihrem Betrieb halt nicht so viele Sachen gemacht, wie wir zum Beispiel jetzt in einem Tonstuhl oder so. Sondern die haben halt wirklich da nur den ganzen Tag ackern müssen und halt zwar viel Praxiserfahrung gesammelt, aber auf der anderen Seite halt auch wirklich hart arbeiten müssen, während wir den Luxus hatten, das nicht tun zu müssen. Und zum Thema Berufsschule kann ich halt nur über diese Berufsschule in Berlin reden, die es dort gibt, dass die sehr schlecht ist. Ich werde es hier nicht über irgendjemanden herziehen, aber ich hatte so einfach das Gefühl, mein Gefühl, dass dort irgendwie nur so Leute waren, die selber es nicht geschafft haben, sich in der Medienbranche zu etablieren und dann Berufsschullehrer geworden sind und so ein bisschen gescheiterte Existenzen waren und auch nicht wirklich Bock hatten, da richtig geil uns Fachwissen zu vermitteln, sondern die halt auch irgendwie nur die Zeit totschlagen wollten. Wie siehst du das? Also ich muss zugeben, das hat halt variiert vom Lehrer zu Lehrer. Es gab auch sehr engagierte Lehrer, aber es gab auch Lehrer, wo wir halt teilweise den Lehrer unterstützt haben, was irgendwie ein bisschen bescheuert war, weil er zum Beispiel dann Logic nicht kannte oder so. Und du denkst dir so, ja, du bist der Audio-Lehrer. Aber das Coole war halt, dass, da wir jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen waren, hat der Öffentlich-Rechtliche durch die ganzen Kurse, die wir auch noch im Betrieb gemacht haben, hat er quasi diese Wissenslücken wieder aufgefangen. Das heißt, wir haben das, was wir nicht in der Buchschule gelernt haben, haben wir aber nochmal im Betrieb in echten Lerngängen oder halt mit Toningenieuren, mit Kameraleuten und sowas alles nochmal gemacht, was eigentlich sehr cool war. Aber wenn du jetzt rein nur auf diese Buchschule gehst, da musst du sehr viel Eigeninitiative haben und selbst wahrscheinlich dir noch was aneignen, weil es schwierig wird nur mit dem, was der Lehrer da dir vermittelt. Und definitiv, das kann ich halt, oder das können wir beide halt, glaube ich, auch ganz gut sagen, dass das halt empfehlenswerter ist, sich wirklich einen Ausbildungsplatz eher beim Öffentlich-Rechtlichen zu suchen, wenn man diese Ausbildung als Mediengestalter machen möchte und nicht unbedingt bei dem Privaten. Dann lass uns doch mal als nächstes darauf kommen, wie ging es danach weiter für dich? Ich bin beim Öffentlich-Rechtlichen erstmal geblieben für ganze drei Jahre und bin von Berlin umgezogen nach Frankfurt-Oder und habe da im Regionalstudio gearbeitet und meine Aufgaben waren halt Kamera, Schnitt, was ich halt sehr wenig gemacht habe. Hauptsächlich habe ich als Radiotechniker gearbeitet. Das waren Aufgaben im ganz normalen IT-Support, kann man sagen. Also viel in der Audio- und Videotechnik sind ja einfach Computerprobleme, die da halt auftreten. Ich habe die halt gelöst, dann bin ich halt einmal die Stunde für drei Minuten ins Nachrichtenstudio gegangen, habe mit dem Nachrichtensprecher da die Sendung gemacht, also ein paar Regler hin und her geschubst und Jingle abgefahren, habe Werbesachen produziert und zwischendurch auch ein Podcast, Giga Grünheide zum Beispiel, da wo diese Tesla-Fabrik gebaut wurde. Das war halt sehr unspektakulär und man muss halt wirklich auch, sage ich mal, Bock haben, sich in diesem Fernsehbereich auseinanderzusetzen. Aber von der Arbeitszeit her war es relativ entspannt, keine Nachtarbeit. Und auch wenn ich Sonntag gearbeitet habe, habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube 100% Zuschlag oder so gab es. Also du hast das Doppelte an Gehalt bekommen. Und so bin ich am Ende des Monats halt immer auf ein gutes Gehalt von zwei bis dann am Ende zweieinhalbtausend Euro gekommen. Und das war für mich nach der Ausbildung eigentlich echt geil. Wie war das bei dir? Also ich bin ja so in einen anderen Bereich reingegangen beim RBB. Ich war ja halt zum einen eher so im Kamerabereich. Ich wollte am Anfang halt wirklich da Kamera machen. Und dann haben sie mir gesagt, nö, geht nicht. Also ich durfte halt nur Kameraassistent sein. Und als Kameraassistent ist halt irgendwie so, man fährt das Auto herum und macht den Ton. Dann dachte ich mir so, ja, okay, das kann ja nicht sein. Ist ein bisschen doof. Und ich habe irgendwann gesagt, ey, entweder ich gehe oder ich darf Kamera machen. Und dann durfte ich halt ein bisschen Kamera machen. Habe bei der ARD dann quasi auch das Mittagsmiley gemacht und für Funk ein paar Sachen gedreht. Und finanziell war es halt so, dass es also ungefähr so wie bei dir bezahlt war. Es war halt okay, aber es war bei weitem nicht das, was du freiberuflich bekommst. Und auch, also ich bin ja danach zu Apple Music gegangen und habe da als Director gearbeitet, was natürlich eine andere Position ist. Aber da habe ich das Doppelte quasi bekommen. Das heißt, finanziell gesehen ist es halt ein ganz gutes Gehalt, aber es ist jetzt auch nicht bombastisch. Also es ist für eine Ausbildung gut, aber wenn du das nach dem Studium bekommst, würdest du sagen, oh, ist okay. Ja, dann generell gesprochen, also du bist ja dann zu Apple gegangen und ich habe dann gesagt, okay, ich stürze mich eher so, versuche mich jetzt wirklich komplett selbstständig zu machen mit meinem Studio hier, mit Beats, die ich online verkaufe, die ich halt schon nebenbei aufgebaut habe. Und halt auch mit diesem ganzen Toningenieur-Ding, weshalb ich auch die Weiterbildung gemacht habe. Und ja, da habe ich halt auch Erfahrungen in dem Bereich gesammelt. Du hast ja selbst auch Projekte viel nebenbei gemacht. Lass uns doch als nächstes kurz mal auf diesen Aspekt eingehen. Also was ist, wenn man jetzt die Mediengestalter Ausbildung macht und danach sagt, ey, oder die Mediengestalter Ausbildung machen möchte, mit dem Hintergedanken, ey, ich will mich sowieso selbstständig machen. Also meine Erfahrung ist halt mit der Selbstständigkeit, wenn du Solo-Selbstständiger bist und das machst, weil du denkst, du möchtest gerne mehr Freiheiten haben und du möchtest halt gerne im Vergleich zu einem Angestelltenverhältnis freier sein, dann sollte man sich das aus dem Kopf schlagen, weil man schafft sich häufig sein eigenes Hamsterrad. Man muss halt wirklich echt gut verdienen und viele Kunden in dem Bereich Medien sind auch einfach nicht bereit dazu, gewisse Summen zu bezahlen. Und es gibt halt sau viele Schüler und sau viele Leute, die der Meinung sind, sie machen halt irgendwas mit Medien und bieten das Ganze günstiger an, drücken extrem die Preise. Und du bist dann ja jemand, der halt irgendwie gerade am Anfang erstmal lernen muss, okay, wie verkauft man richtig. Und das habe ich halt in der Ausbildung nicht gelernt und das musste ich mir dann erst nach und nach beibringen und habe dann auch eigentlich zwar mein Geld gut verdient, aber auch gemerkt, okay, ich mache halt weniger Musik, das, was ich eigentlich machen will, sondern mache halt irgendeine andere Bullshit, weil ich halt Geld brauche und überleben muss. Und ich fand es mega unentspannt im Kopf her, da fand ich das Angestelltsein besser. Du hast jetzt nicht ganz so viel Erfahrung, aber... Also zum einen würde ich sagen, wenn du freiberuflich das machen willst, brauchst du gar keine Ausbildung. Also das ist erstmal der erste Punkt, weil ich kenne genug Leute auch, die sogar auch angestellt sind und die haben gar keine Ausbildung. Die sind einfach nur gut in dem, was sie machen. Und im Filmbereich, zumindest Kamera und so, geht das, weil du kannst dir sehr viel autodidaktisch beibringen. Du brauchst dieses Zertifikat nicht unbedingt. Wenn du angestellt sein willst, dann brauchst du es eher, als wenn du Freiberufler bist. So, als Freiberufler zeigst du jemandem deine Projekte und das, was du gemacht hast und dann wirst du vielleicht angestellt, wenn du gut Kundenakquise machen kannst. Aber ich muss zugeben, dass, also Freiberufler sein ist schwieriger, würde ich definitiv behaupten. Man muss gut auch bei der Kundenakquise sein und Finanzen und so weiter und so fort. Das sind ja alles viele Elemente, die man beachten muss. Vor allem auch die Sicherheit ist da nicht gegeben. Also wenn du angestellt bist, du kriegst sicher dein Gehalt. Du musst dich nicht umsteuern, so wirklich kümmern. Also du kannst auch nur Taxfix oder so irgendeine App nutzen und das reicht. Das kannst du nicht machen als Freiberufler. Du musst halt auch viel mehr auf diese Finanzen gucken. Und dann wird auch vielleicht dein Hobby oder so eher zu einem Job. Und das ist halt schwierig, weil du als Freiberufler, du musst ja locker über 10.000 oder so verdienen, damit das wirtschaftlich ist. Also du kannst auch gleich angestellt sein. Weil du musst ja, also Umsatz heißt ja nicht Gewinn. Und du musst ja auch in Kameras, Technik investieren. Das kostet alles. Also eine Kamera, keine Ahnung, 20.000 Euro oder so. Und die nutzt du drei Jahre. Mit was nehmen wir hier gerade auf? Also wenn wir jetzt mal so zusammenrechnen, können wir jetzt mal spaßlich zahlbar machen. So meine Kamera vielleicht 800 Euro, Objektiv vielleicht Hunderter. Das ist eine relativ günstige Kamera, an die ich jetzt gerade spreche. Sagen wir mal, runden wir mal auf ein Taui, ja? Dann haben wir hier iPhone, okay, ist jetzt iPhone irgendwas. Rechnen wir auch mal ein Taui so ungefähr. Und Jens, was kostet deine Kamera? 4, 5, also ja. Wie Setup? Naja, so vielleicht 5K oder so. Das geht noch. Also das ist noch okay. Also 7K an Kameras. Und wie viel steht an Kameras? An Licht auch nochmal mindestens 1.000. Also es sind halt 8.000 Euro und das vergisst man halt auch. Das ist günstig, ne? Ja, das ist günstig, ne? Dass man das halt selber finanzieren muss und man auf der einen Seite diese unheimlich hohen Kosten hat, aber auf der anderen Seite halt nicht wirklich diese krass hohen Einnahmen, dieses Rechtfertigen. Und da habe ich halt auch gemerkt, indem ich halt auch Leute kennengelernt habe aus dieser Branche, vieles, was glänzt, ist halt kein Gold. Und viele Leute, die halt nach außen, wo man so denkt, boah, Digga, der hat Musikvideos gemacht mit Chrome, mit Haftbefehl, mit Dings so. Und du denkst, boah, der müsste halt übel, krank, reich sein, so. Die Leute sind nicht reich, so, ne? Das ist halt einfach auch nicht das, was man vielleicht als Außenstehender denkt, sondern auch in der Musikbranche, so Leute, die halt 200.000, 300.000 haben und auf Deutschlandtour gehen, die verdienen auch nicht mehr als zweieinhalb, drei, vier netto. Und was die dafür halt sozusagen an Arbeit reinstecken, ne? Davon möchte ich jetzt mal gar nicht reden. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch erst später so gemerkt. Also, ja, man versucht ja auch irgendwie immer auf die Zukunft hinauszuarbeiten, ne? Und die Sache, es gibt auch viele Leute, die sich sagen, ah, jetzt hole ich mir eine 50.000-Euro-Kamera und dann kriege ich Kunden. Das funktioniert nicht so. Das funktioniert leider echt nicht so. Weil zum einen musst du natürlich dein Wissen da sein. Und zum anderen musst du auch dein Marketing quasi können. Du musst wissen, wie du dich verkaufst. Weil ich dachte früher auch immer, ey, ich muss einfach nur besser werden und dann kommt das Geld automatisch. Das ist die größte Lüge, die es gibt. Weil ich kenne Leute, die sind, ich würde mal behaupten, wahrscheinlich schlechter als ich, so. Die verdienen viel, viel mehr Geld. Das kommt natürlich auf den Bereich auch an, ne? Also, wenn du jetzt Hochzeitsvideograf bist, du kannst unfassbar viel Cash machen. So, und du musst da jetzt keinen Kinofilm abliefern, ne? Trotzdem musst du natürlich einen guten Standard haben. Aber es geht oft auch viel darum, wie arbeitest du mit Kunden? Wie bist du sozial? Also, diese Softskills und so was. Und das lernst du nicht so mal eben. Das musst du vielleicht mit Erfahrung reinbringen und so weiter und so fort. Und ich finde es faszinierend. Also, es ist auf jeden Fall ein Bereich, wo man nicht sagen kann, ich mache A und dann kommt B raus. Also, es gibt ja Bereiche, da sagst du, ey, ich mache BWL, mache ich meinen Bachelor, meinen Master und verdiene so viel Geld. Ja. Ich kann die Ausbildung machen. Ich kann scheißarm sein nach dieser Ausbildung und irgendwo bei einer kleinen Klitsche arbeiten. oder ich kann, was weiß ich, für irgendwelche Riesenunternehmen Werbevideos drehen. Ja. Also, die Spannung ist groß. Ich glaube, der Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist da aber nochmal festzuhalten, dass die Leute, die halt wirklich viel Geld verdienen, sind halt die, die sich absetzen und die immer mehr als die 40 Stunden die Woche arbeiten. Das sind Leute, ja, wie ein Jens, der nach der Ausbildung nicht sagt, ey, ich gehe nach Hause und ich zocke jetzt, sondern der sagt, ey, ich gehe nach Hause und setze mich nochmal sechs Stunden hin und drehe irgendein Musikvideo für irgendjemanden, wo ich halt am Anfang vielleicht gar kein Geld bekomme, aber einfach so, um die Skills sich anzueignen und um das halt zu lernen. Und bei mir war es genauso. Ich bin auch nach der Ausbildung nach Hause gegangen, habe irgendwelche Leute bei mir damals in meine Einzimmerwohnung in Berlin eingeladen und habe halt mit denen Mucke gemacht, weil ich einfach darin besser werden wollte. Und ich habe halt gemerkt, okay, diese Ausbildung reicht halt nicht. Das heißt, man muss immer darüber hinausgehen und immer nochmal diese Extrameile laufen. Und so wie du gesagt hast, am Ende des Tages, gerade in der Medienbranche, da mehr als viel mehr als irgendwo anders, es zählt keine Qualifikation, sondern es zählen deine Referenzen und was du wirklich kannst und wie du dich verkaufen kannst. So diese drei Sachen. Also sich verkaufen zu können, ist gerade in der Selbstständigkeit super, super wichtig. Jens, dann lass uns doch mal als nächstes darüber reden, warum wir beide denn gar kein Studium gemacht haben. Wir haben jetzt über Ausbildung geredet, über Selbstständigkeit, über den Berufsweg, was man danach alles so machen kann, auch ungefähr, wie viel man halt verdient, womit man halt so rechnen kann im Durchschnitt. Aber warum haben wir kein Studium gemacht? Also ich kann für mich sagen, ich habe kein Studium gemacht, weil ich wollte damals einfach nicht aus Frankfurt oder und der näheren Umgebung, also Berlin weg, Berlin-Brandenburg. Und die einzige Uni, an der man Musikproduktion studieren konnte, die mich interessiert hat, war die Uni in Darmstadt. Und Darmstadt ist für mich einfach eine halbe Weltreise gewesen. Und da habe ich gesagt, ey du, nee, gar kein Bock. Und private Unis, die es in Berlin gibt, die auch Musikproduktion oder Toningenieuren sowas anbieten, die konnten sich einfach meine Eltern nicht leisten. Und ich selber hatte auch kein Geld, woher denn? Und deswegen kam das nicht für mich in Frage. Die andere Option wäre noch gewesen, irgendwie so Tonmeister zu studieren an der Unika in Berlin. Und die haben so kranke Voraussetzungen. Also wenn du jetzt nicht irgendwie... Mozart bist. Ja, ein ferner Nachfahre von Mozart bist oder Charlie Puth oder so, der irgendwie ein krasses, absolutes Gehör hat, dann kommst du da eigentlich nicht wirklich rein. Und deswegen hat sich das für mich einfach erledigt. Und ich habe es nicht gemacht. Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe ja auch Abitur gemacht. Und da dachte ich auch so, okay, vielleicht sollst du studieren. Weil das denken sich die meisten, die sagen sich, ey, jetzt habe ich schon Abitur. Warum nicht studieren so, ne? Und gut, ich dachte so, okay, welche Hochschulen gibt es? Bei mir in der Gegend gab es leider irgendwie nur eine Kunsthochschule, die so Filmstudiengänge angeboten hat. Und da war ich auch mit meinem Vater und haben wir uns das dann so ein bisschen angeguckt. Fand ich ganz gut, dass er mich da unterstützt hat. Aber es war halt auch zu künstlerisch irgendwie. Also wie gesagt, da waren wir irgendwie drin und dann waren da so Bilder von Müll an der Wand. Und du hättest mal sein Gesicht sehen sollen. Das war irgendwie ganz wild. Die hatten zwar auch so ein Fotostudio und sowas, aber es war halt sehr künstlerisch. Und es gibt auch noch verschiedene andere Hochschulen, Unis auch für Film in Deutschland, aber es sind halt sehr wenige, also die staatlich sind zumindest. Also in München gibt es noch eine, die HFF, dann gibt es die Filmakademie Baden-Württemberg und dann noch in Potsdam-Babelsberg gibt es auch noch eine. Und ich dachte so, okay, nachdem ich diese ganze Ausbildung gemacht habe, wollte ich auch noch mal studieren. Und habe es dann letztendlich, ich habe mich beworben, aber ich wurde abgelehnt, weil ich irgendwie keine künstlerische Eignung hatte und auch keine technische, obwohl ich schon fünf Jahre Erfahrung hatte und auch die Ausbildung. Das heißt, diese Aufnahmekriterien sind unfassbar krass. Und ich weiß aber auch gar nicht, wie viel Nutzen man da wirklich von hat. Also wir haben beide jetzt nicht studiert. Deswegen, ich glaube, Networking-mäßig auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, wie viel Mehrwert das bietet im Vergleich zu einer Ausbildung oder Berufserfahrung an sich. Richtig, genau. Weil praktisch ist immer was anderes. Genau, und ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Also in Deutschland würde ich halt, obwohl wir in Deutschland, dem Land der Zertifikate leben, würde ich halt trotzdem keiner einstellen und sagen, ey, du hast geile Zertifikate, sondern gerade in dieser Medienbranche, wie schon gesagt, wirst du immer den Job bekommen, wenn du wirklich einfach gut darin bist. Wenn du gut darin bist, dann wirst du den Job bekommen. Und wenn du halt schon Erfahrung hast. Und da bringt dir halt auch das beste Studium nichts. Nichtsdestotrotz für alle Leute, die aber gerne studieren wollen und sagen, ey, mich interessiert es. Let's go, Leute, wenn ihr da angenommen werdet. Und so, ich meine, ich denke, das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber es bringt einem jetzt nicht so, man darf sich davon, glaube ich, nicht so mega viel erhoffen und sagen, ey, jetzt studiere ich und dann bin ich der Megababa, weil auch hier gilt, es ist extrem viel Konkurrenz und man muss immer diese Extrameile gehen und immer noch mal so ein bisschen mehr machen, um da halt auch wirklich Erfolg zu haben. Joa, als letztes würde ich eigentlich nur noch mal gerne kurz darauf eingehen, okay, welche Alternativen gibt es denn? Wir haben über Studium geredet, wir haben über Ausbildung geredet und jetzt möchte ich gerne wissen, kann man denn auch irgendwie anders vielleicht auch damit Geld verdienen, vielleicht sogar davon leben und muss man, da kann man auch was anderes machen? So, wie siehst du das? Also zum einen muss man sich erst mal fragen, ob man sein Hobby zum Beruf machen will. Will ich das wirklich auf einer wirtschaftlichen Ebene machen? Weil für viele nimmt das halt auch den Reiz wieder. Also ich glaube, du hast das bestimmt auch manchmal, ich auf jeden Fall, dass ich Tage habe, wo ich sage, ey, soll ich das überhaupt weitermachen? Und bei mir hat es immer geholfen, dass ich einfach so ein Idiot bin. Ich kann nicht aufhören, das zu machen, so weißt du, was ich meine? Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht aufhören, quasi das ganze Kamerading, das Filmemachen einfach aufzuhören. Aber es wird schwieriger bei Leuten, die halt einfach sagen, ich mache das einfach mal so und versuch's, dann kann es halt echt sein, dass man da sehr schnell irgendwie rausgeworfen wird, weil der Bereich ist sehr hart irgendwie. Aber ich glaube, was sehr schön ist und was man machen kann, ist halt einen Job zu haben, wo man sicher Geld bekommt und dann nebenbei noch irgendwie diese kreative Schiene fährt. Am besten ein Job, der in einem ähnlichen Segment ist potenziell. Weil du dann auch noch Kontakte mitnehmen kannst, weil Kontakte, wie gesagt, sind auch sehr wichtig. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Sachen. Du kannst auch Weiterbildung machen und dich auch autodidaktisch einfach da reinfuchsen. Aber letztendlich ist, du musst keine Ausbildung haben, du musst keinen Schwimmen haben. Du kannst auch theoretisch ohne alles machen. Aber es kommt auch auf deine eigene Erfahrung halt an. Ja, also gerade für den Bereich Ton kann ich das zu 100 Prozent unterschreiben. Ich meine, wie viele Musikproduzenten da draußen, die jetzt heute, ich rede jetzt mal von meinem Genre so, Deutschrap, die da halt wirklich, oder generell, sage ich mal, urbane Musikstile, die da wirklich erfolgreich sind. Wie viele von denen haben denn Musik studiert? Das ist doch wirklich eine verschwindend geringe Anzahl. Das meiste sind irgendwelche Leute, die halt einfach in ihrem kleinen Zimmer gesessen haben, ihr Hobby gemacht haben, ihr Ding gemacht haben und dann halt einfach mal irgendwie entdeckt wurden und es dann damit geschafft haben, indem sie halt jahrelang einfach nur aus Liebe dieses eine Ding gemacht haben. Und gerade, wo wir jetzt halt auch in diese Richtung gehen, wo in vielen Bereichen darüber geredet wird, eine 32-Stunden-Woche zu machen, kann ich halt wirklich nur sagen, es lohnt sich halt, sich auch eventuell einfach nur einen mega entspannten Job zu suchen. Das hat auch mal Kollegah gesagt. Kollegah meinte, Leute, sucht euch einen entspannten Job und versucht dann nebenbei euer Business aufzubauen. Weil man hat das Geld, was man halt mitnimmt und man kann viel leichter, viel besser Geld verdienen in anderen Jobs, wo man sich nicht tot macht. Und das Geld kann man dann wiederum nehmen und auch die Zeit, ne? Weil, wie gesagt, Schichtarbeit und Arbeitszeiten jenseits der acht Stunden sind ganz normal in der Medienbranche. Das hat man halt alles nicht in einem Angestelltenverhältnis und kann vielleicht sagen, okay, ich mache es halt erstmal wirklich nur als Hobby, so. Und wenn daraus irgendwas wird, eines Tages geil. Und wenn nicht, habe ich aber immer noch mein Hobby und meine Liebe zu dieser einen Sache, die ich nicht verliere, weil mich das Business so mega abfuckt. Und da bin ich jetzt auch gelandet heute. Ich persönlich mache jetzt einen Job im öffentlichen Dienst und mache halt nebenbei mein Hobby, mache halt nebenbei Beatmaking.de und wirklich nur noch die Projekte, die mir Spaß machen und auf die ich Bock habe. Und für mich persönlich die beste Entscheidung. Am Ende des Tages muss man es für sich wissen. Und ja, ich glaube, das ist so abschließend mein Fazit. Das würde ich allen Leuten sagen, die gerne diese Ausbildung machen wollen oder die sich dafür interessieren. Mit meiner Erfahrung, die ich bis hierhin gesammelt habe. Und gerne nochmal ein abschließendes Fazit von dir. Also für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich denke, dass man sein Hobby zum Beruf machen kann, aber nicht unbedingt muss. Das heißt, ich würde auf jeden Fall daran festhalten, dass man das macht, was man liebt und zusätzlich auf jeden Fall Geld verdienen muss. Aber ich glaube, für jeden ist der Weg auf jeden Fall anders. Und deswegen muss man einfach Sachen ausprobieren und schauen, was am besten passt für einen. Safe. Das waren schöne letzte Worte. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen dieser Podcast-Folge, nenne ich es jetzt mal, weil das Ganze wird nämlich auch auf Spotify und Co. erscheinen. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Dann würde es mich auch natürlich noch freuen, falls ihr das Video zu Ende geschaut habt, wenn ihr den Kanal abonniert und das noch nicht getan habt. Und dann hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hier irgendwo sind noch Videos, die ihr jetzt anklicken könnt und in der Mitte direkt abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Bis bald. Ciao.